Ach, da ist er schon im Kasten, herrlich. Oh, ich kann ja Klavier spielen, das ist ja... Oh, der ist aber verstimmt. Ja eben, worüber bloß? Meine Damen und Herren, mein Freund Willi wird Ihnen jetzt etwas ganz Lustiges zum Besten geben. Applaus für Willi! Nein, danke, danke. Danke schön, das genügt erst mal, ja. Aua, 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 das ist ein Loch. Ja, vielen Dank. Juhi 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 J Holla, ey! Juhi, 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 Jürgen, 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 Jürgen!